Die Kollegen, die einen unterstützt haben, hier das mit aufzuziehen, aufzubauen und zu machen. Wir können mit Glück sagen, dass wir zum größten Teil arrondiert sind. Ich habe heute Unterstützung von meinem Kollegen Lukas Thies, der die Marketingabteilung vertritt und von unserem Vorführfahrer Marco Kulzer. Ansonsten könnt ihr euch da hinter euch mal Rapide angucken. Sorgt dafür, dass wir zwischen den Schleppern den Boden nochmal rückverfestigen. ...entwickelt haben und welche Erträge dort zu erzielen sind. Wir sagen nicht per se, wir wollen mit der Maschine die Erträge erhöhen. Das ist ein schöner Nebeneffekt dabei. Das ist ein schöner Nebeneffektor. Das ist ein schöner Nebeneffektor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017